Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben hier einen Produktvergleich angestellt mit den besten Produkten, beginnend von Platz 3 bis hin zu Platz 1. Es lohnt sich also das Video bis zum Ende anzuschauen. Die aktuellen Angebote mit den besten Preisen haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt, also unter diesem Video. Unser Redaktionsteam hat eine große Auswahl an aktuellen Bestsellerprodukten und Neuerscheinungen durchleuchtet, von größeren Herstellern, aber auch von kleineren Anbietern und so die besten Produkte in einem übersichtlichen Vergleich zusammengestellt. Viel Spaß damit! Spielzeuge sind schon seit Generationen sehr beliebt bei Kindern. Egal ob Babys oder etwas ältere. Sie zaubern jedem ein riesiges Lächeln ins Gesicht. Zudem fördern Spielzeuge nicht nur die Entwicklung, sondern verleihen den Kindern Freude und Spaß am Spielen. Jedoch muss man darauf achten, welches Spielzeug man welchem Kind zur Verfügung stellt. Das Alter spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Das blinke linke Faultier bringt das Baby körperlich und geistig in Schwung. Mit spannenden Lichteffekten, Musik, Gliedern und grobigen Tanzbewegungen. Drückt das Baby die Knöpfe an den Füßen des Faultiers, wird ihm alles über die Zahlen, Farben und so weiter erzählt. Dabei klatscht das Faultier in die Hände und nickt mit dem Kopf. Trifft das Faultier auf seine blinke linke Freunde, begeistern die niedlichen Tiere ihr Publikum mit Synchronenklang und Lichteffekten. Die spielerischen Lieder und Sätze des Faultiers bringen dem Baby die Zahlen, Farben, Gegenteile und das Alphabet näher. Bewegen und Tanzen ist das Motto, wenn das Baby Musik und Lieder von dem Faultier hört. Ein tolles Training für die Grobmotorik. Helle, bunte Lichter, lustige Musik und kuschelweiche Arme fördern zudem die Sinne des Babys. Sehen, Hören und Fühlen Das interaktive Faultier begleitet die lustigen Lichter, Lieder und Musik mit Händeklatschen und Kopfnicken. Werden die Knöpfe an den Füßen gedrückt, gibt das Faultier Lieder und Sätze zu Zahlen, Farben und dem Alphabet wieder. Bunte Lichter am Bauch und kuschelweiche Arme regen die Sinne an. Für noch mehr Spielspaß am besten gleich weitere blinke linke Tiere sammeln. Es ist geeignet für Babys ab 9 Monaten. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Details dieses Angebotes und der beste Preis des Produktes befindet sich in der Videobeschreibung. Faultiere gelten vielleicht als schwerfällig, aber dieser lustige Freund liebt es sich zum Rhythmus der Musik zu bewegen. Egal ob langsam oder schnell. Das blinke linkees Faultier begleitet die Musik mit Händeklatschen und wenn auch andere blinke linke Freunde in der Nähe sind, redet, singt und leuchtet das Faultier mit ihnen. Hiermit bedanke ich mich für das Anschauen des Videos. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Video.